Und war ja gebunden ans Hauptspiel, deswegen hat sie ja auch keine Chance gespielt. Gestern habe ich gespielt mit dem Flo hier ein bisschen, auf dem Roberta-Kurs. Aber ich habe probiert ein EBR-Loadout. Cool Chance, oder? Nichts Lampau, oder was? Achso, ja, du bist. Entschuldigung. Achso, ignorieren. Ich habe nicht wirklich einen Kampf geschafft, weil alles close-quarter kann. Aber wenn du irgendwo hingeschossen hast, dann hast du einen Bullet Drop. Das ist oft normal. Achso, deswegen ist die SKS vielleicht besser. Ich meine, wenn du trippst, ein Headshot ist Schüttweg. Das ist gemütlich. Ja, aber da ist die Frage, ob du nicht doch lieber ein Fall nimmst. Das ist mir da neu aufgefallen bei der SKS, gell? Weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist das ein Fall. Da scheiße ich da drauf. Richtig. Was ich jetzt zusammenbaut habe, ist eine AMAX plus SPR Kimme Korn. Echt? Ja. Ich möchte schauen, wie das tut. Ja, die AMAX ist ja super als Bei-Woffen-Sniper, da kann man nichts schimpfen. Aber hat es jetzt irgendeine Waffen-Nerfs und Buffs gegeben? Da hätte ich nichts gelesen noch. Also aus dem Basis-Spiel ausser gar nicht. Ich meine, ich habe da bei Reddit gelesen, die Vector oder die Fennec hat ein bisschen eine Damage-Range erhöht gekriegt. Aha. Erhöht nämlich? Aber jetzt Kilo, MP5, R9 hätte ich gar nichts gelesen. Vor allem R9 müsste ich da was machen. Das stimmt, ja. Milano hat der. Da hätte ich schon irgendwas gemacht. FFR1. Haben wir da einen König? Nein, da haben wir alle 6.000. Da hast du recht. Alter, Fahrer. Geht schon aus? Ist laut. Ah ja, schön. Haben wir eine Buy-Station auch, gell? Nein, aber ich habe eine Plattenbox, das schmeiße ich gleich mal. Ich meine, ich habe zwar 7, aber ich scherze mich nicht mit zu haben. Okay, dann haus bitte. Ja, Buy-Station ist der nächste Lampa oder Stadion. Alter, die Sniper-Animation ist so schlecht. Das ist so zum Kotzen, dieses ADS-N. Bist du teppert. Wo ist die nächste Buy-Station? Äh... Die da. Händler markiert. Alter, wir fahren gleich mit euch. Er ist hier, machen wir. Okay. Dann nehmen wir noch mit. Ja, ich gehe zur weißen Karischen Mund abfüllen. Achso. Nein. Kopfgeld, Ziel aktiv. Holt es euch. Ja, das Kopfgeld ist genau bei der Buy-Station. Hm, und wenn wir... Okay, geht das schon weg. Ich hätte gesucht. Ich hätte gesucht. Ein Schild geschützt ist so schlecht, dass es da nicht einmal einen Sound gibt, wenn das ausgefällt. Oh-oh. 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 Du verlierst an Boden. Die Buy-Station ist auch ein Dreck da unten eigentlich, gell. Ja, ich hole mal ein Alkohol. Ich fahre auch da. Albert, warte mal kurz. Ich gebe dir einen Tausender. Und wenn du siehst, könnte ich kaufen auch wieder. Mann, ich kann auch kaufen fahren und dann durchschmeißen, alles nachher, gell. Ich vermiete dich. Oh-oh. Hast du doch da? Ja, im LKW, gut hergestellt. Aber ich spiele heute mal wieder M4 ohne Aufsätze. Ah, ohne Visierung. Schauen wir mal. Okay. Was machen wir jetzt eigentlich? Gehen wir ein Ding rein? Bounty? Oder? Ja. Wir haben sich von der Loadout geordert, wie es ausschaut. Mein Gott. Jetzt komme ich nicht auf. Warte auf. Oh ja, 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 ja. Ich gehe erhöht links. Nein, die sind draußen. Ja, Hostosoft. Die längste ist schon genug. Ich bin lag gerade. Nein, die habe ich nicht. Jetzt sind zwei eingegrennt. Nein, einer ist drinnen, einer ist top-at-at-around bei der Geschütze. Weil eine Rundung halt dort, oder? Ja, ich sehe keinen Leute aus meiner Position. Wohl. Schild-Break auf dem Hand da unten. Jetzt ist eine in dem Bunker. Warte, ich muss noch erhöhte Position, aber kann ich mal stunnen. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Unter mir ist er. Unter mir. Ja, da ist einer drinnen, ja. Da ist ein zweites unter dir drinnen, ja, da. Rechts, rechts. Sauber. Wow, anderes Team. Ach Gott. Da sind zwei Leute. Wieso gehe ich denn da? Hinter dir sind zwei Leute? Ich bin mein Losbring jetzt genau. Die sind da aufgelaufen. Fuck. Das ist nicht schlecht. Äh, nicht gut. Oh, ey, da fordert die scheiß Schritte gehören auch mal ein bisschen. Oh, Alter, sicher. Sehr gut. Wasser. Aber ich weiß nicht, ob die den anderen gemacht haben. Das weiß ich nämlich nicht. Oder die A-Max-Resist. Also wenn du da herkommst, da ist viel Loot. Ja, land her. Also ich habe nichts am Radar als auf meinem Hardbeat, den ich kurz verwendet habe. Ja, der andere war im Bunker drinnen. Ich land beim Lastwagen. Schauen wir mal. Ob ich da wieder hin bin. Ja, da ist viel Zeit gerade, gell. Nein, da liegt ein Leuch drinnen. Und da sind noch zwei. Nein, die sind hinten. Jawohl. Da ist einer. Sehr gut, danke. Gasmaske. Seid du? Da ist eins, gell. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Dann komm schnell. Alter, das liegt Arsch. Das... Da, das liegt nicht so geil. Alter, also sie geht jetzt. Also es ist da, ich traufe. Ja, ja, ich bin zuhafen gerade. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Wie ist denn beim... Das ist nur ein A-Backel, gell. Ah, wart verdruckt. Irgendwas habe ich falsch aufgekommen. Ah, 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 weiß ich. Hab schon. Passt, geht. Fahren wir mal. Ich liebe dieses Haus, das so sehr. Dieses Downtown-Haus. Ja, ja. Hier ist es noch ein A-Backel. Das ist noch ein A-Backel. Ich bin zuhafen. Jochen, ich bin zuhafen. Nein, ich bin zuhafen. Ich bin zuhafen. Da bleib' nicht so, dass sie das aufbauen. Da hat aber irgendwer geschossen Da landet wer Sind wir in den Lift fahren? Ich stehe sicher Ich fahre mit dem Lift Ok, laufst du zuerst auf? Lauf einmal voll laut Ich lauf schon Ober uns lauf der Warte noch, ich bin der Warte noch ein bisschen Ich brauch Schuld Ich hab einen umbraucht, also einer ist noch Kämpfst du mit ihm? Nein Dann fahre ich außen rauf Lauf du voll laut Ich hab einen gefunden Ist der noch wer? Ich hab einen Da war noch einer Hä? Ja, ich hab einen Ja, ich hab einen Ja, ich hab einen Ja, ich hab einen Ja, der Dreck Ich hab fast noch gesehen Alter Das war gut Er hat das nicht checkt Dass ich aufgekommen bin Da war noch einer Also die Heli Ja, ich hab einen Ja, ich weiß nicht Ja, schau dir der Geschützer um Wah Das ist jetzt echt standardmäßig Kannst schon bald ein Ding mitnehmen Ich glaub ich tu die Die SPR mit Kimme Gorn weg Kilo Der hat er eher, ne? Was hat der da? Kilo Na, das nimmt mir die Spisse zur Gaude Stadion sollte wer sein Die sind doch gerade runtergekupft Wo unten? Ah ja, ich siehs gerade Der Waffnete einreiten Ja Ja, wie der schon kämpft im Stadion Ich hab mir jetzt einen eigenen Sessel gekauft Einen Gaming Sessel oder was? Ja, ja, so einen Bürosessel halt Einen besseren Und? Ja, das kostet dann gleich mal 500 Euro sowas Was? Das ist mein Weihnachtsgeschenk für mich Was ist das? Ich hab's gerade bei Otto Katalog Das war am Angebot 350 So irgendein Tag Irgendwas Ja, na das passte Ich bin jetzt Ich hab's jetzt echt auch zu Alter, wir sitzen jetzt echt schon Für die Dinger, gell? Wo ist snipen das Arschloch? Da drüben ist gerade der Peler losgestartet Das... Da sehe ich nicht hin, ja? Aber da drüben ist der Peler losgestanden Ja Ja, schau drauf Ich meine, schau wie blöd die ausschaut meine ich, schau So ein kurzer So ein kurzer Alter Was machen wir? Fliegen wir da um ihn? Ich will mich so einen umbringen von da oben Oder... Oder wir gehen wieder runter zu deinem... Zu deinem LKW Und ich schnapp mir drüben den G... Wie du willst Entscheide du, schau mal ein bisschen Ich schau, ob du hinter uns noch wieder herkollt Ich meine, wir können dann umifahren, gell? Einfach verspätet, das ist ja wurscht Ja, wenn uns kein anderer LKW ballert Hm, da hinten kommt der LKW Wow Ah, ok Ja, zum Reketieren habe ich leider nichts Ha, shoot weg Ich bin gesnipet worden Oh, und der Luftschlag kommt Das geht zuerst, das geht zuerst Ich tue self-revive, komm rein Du Achso, du meinst, dass ich self-revive stiebe Aber dann stiebe ich durch den zweiten Schuss Nein, aber mit dem self-revive geht das normal immer aus, dass... Echt? Ja Mit dem Öl ankommt Ja, ich sag, wir nehmen jetzt die Autos und schleichen sich Hm Das ist doch nichts mehr gut Hier geht Ich nehme deinen da, ja Ich nehme deinen da, ja Ah, reinfahren tun wir das blaue Haus Was ist da? Nein, nein Schregen wir nicht, nein, nein, nein Ja, da ist sicher wer, weil da ist immer wer Die Fahrt haben wir gemütlich ein. Okay, Abfahr bereit? Ja. Ich bin schon am ersten Stock. Achso, okay. Dann gehen wir mal. Outlet, sauber. Hier wird wohl keiner drin hocken, oder? Ja, ich weiß das. Nein. Sauber. Nichts. Aber da oben hocken ist eigentlich eh nicht so gut. Bleib du unten. Ich würde mich da sowieso schleichen, weißt du was? Da gehen wir runter. Da kannst du nämlich wenigstens aus die Fenster ausschauen. Guck mal beide im gleichen Fenster. Das ist so gut. Du sitzt in Mainz. Mach die Augen zu, dann weißt du was dir gehört. Alter, die Amex ist aber echt gut. Habe ich da hinten jetzt was gesehen, oder war das so? Ja. Einer K.O. Boah, ein zweiter hat mich gescheit geklärt. Ist das? Ich gehe shield-braked. K.O. Der liegt da hinten. Ein zweiter liegt da. Ja, der eine hat selbst revive, glaube ich. Der beim Orangen. Ich weiß nicht, wo ist es vorne? Der Orange. Ich glaube nicht. Okay. Das Gas verbreitet sich. Wohl. Der beim Orangen ist wieder aufgestanden. Der lässt den Harry verrecken. Nein, ich glaube, der hat auch selber revive gehabt. Kann schon sein. Aber der kommt jetzt hier über links. Wo ist er? Shield-wag. Shield-wag über links. Okay. Ja, nein, der eine ist gestorben. Jetzt ist er wieder eingeglaufen zu den Containern. Aber er muss. Also, ich bin nicht so der Fan von der Kimme-Korn-Badino. Wow. Woher? Gehe ich genau wie, ja, links von den Containern. Aber genau wie ich mich wieder bewege. Natürlich. Das ist der scheiß Call of Duty. Schau, sie gewinnt. Wie man da mal plotten. Links von den Containern war er. Da hinten sind auch zwei. Der links von den Containern ist weg. Gegenüber ist er. Nicht einen Hit. Ah, noch ein Shoot-wag, der linke. Hast du Plot noch? Nein. 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 Okay. Danke. Danke. Sie müssen jetzt dann rausgekommen, gell? Wer ist das Gas? Was ist das? Da ist er. Da ist er zu seinem Hammerer gegangen. Ja, da geht er zu seinem Hammerer wiederbeleben. Prost. Geh schau rechts. Jetzt kommt dann das Gas. Das ist dann eher linksig. Rechts laufen. Rechts läuft dann weg. Er ist doch nicht so deppert. Alter, der ist gar nicht so deppert. 14 Meter unter uns. Ich glaube, der eine will sich auf den Bauer fahren. Oder halt 14 Meter. Er ist ja rum, er aus oben. Komm zu mir. Jawohl, danke. Alter, war das knapp. Immer genau, wenn ich Plot da in die Uhr habe. Er hat nicht als Plot. Die zweite Call of Duty Momente. Ich konnte gestartet Plotten noch geben, nachdem ich Hand mitgegessen habe. Aber danke. Gut reagiert. Alter, war das knapp. Und da weit ist es wieder nicht, geht es am nächsten. Wir könnten sogar noch am Eck überleben. Jawohl. Äh, willst du das machen oder willst du mit dem LKW eine erhöhte Position da oben irgendwo holen? Auf der Straße. Das ist eine gute Idee. Ich nehme das Auto. Scheiß drauf, Alter. Ja, ja. Ich muss nur umdrehen. Oh, warte kurz. Das heißt, ich fahre da auf die Straße nach, für blaue Markierung. Okay. Nein, fahre links davon. Stopp. Wir müssen zuerst erhöhter sein. Was ist das? Dass sonst da jetzt keiner von hinten überrascht. Vielleicht geht es dir, ja? Ich fahre das ein bisschen ab da. Ich fahre durch jeden Busch durch, was ich sieg. Hahaha. Haut recht gut aus, sagt er. Ich kann da oben sogar bleiben, gell? Es sind nur noch zehn. Du kannst das schaffen. Freize, schau da. Gut aus. Gut aus. Gut aus. Gut aus. Gut aus. Gut aus. Alvin, kommst du zu Recht? Ja, ich park nur sauber. Oh, es snippt schon aus dem großen Gebäude. Richtung Board, das erste, das dreistöckige. Rechtes Fenster hat ausgesnippt. Shield hit. Ah, ich hab auf die Subtanz und links da bei der Tankstelle sind sie auch. Das sind nur zwei Teams, das sind die zwei Hoverer. Ja, links Tankstelle ist einer, der ist im Wald jetzt. Ja, holen wir uns gleich. Lass da hin. Ja. Der ist gerade im Wald fahr'n. Da, siehst du ihn schon? Ja, ja, ja. Der hat gerade ein Loadout genommen. Die sind ausgelöscht. Passt, jetzt sind nur mit denen da hinten übrig. Ja, die warten wir ab, einfach getont. Holen wir uns eine gescheite Position mit denen, wir sind mobil. Das stimmt. Aber snipen darfst nicht schlecht. Halt, egal. Echt? Hm, mir hat das schon Platten, aber ich geh kurz aussteigen, halt das so'n Blick. Ja, 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 snipen wir noch immer. Ich muss auch wieder Platten drüben. Gehen wir trotzdem in die Hütten da rein, mir taugt das nicht. Ich geh du in die Hütten und ich bleib da im Last vor. Ey, du nicht allein pushen. Nein, du's los. Ich pushe nicht allein. Ja, oder? Ich hab nur geschaut. Warte auf, der ist sechs Sekunden. Vielleicht geht's uns geballt. Vielleicht geht's uns geballt. Vielleicht geht's uns geballt. Er schaut immer nach. Ich glaub jetzt, nein, der Sniper ist nicht mehr nach oben. Willst du echt in deinem Auto bleiben, oder was? Ich meine, was wir machen könnten, ist neben ihre Mauer fahren, gell? Weißt du, was ich meine? Aber ich hab die Angst, dass er uns wegsnipen, wenn wir da... Ja, aber wir müssen. Hm, das hilft dir nichts. Wir haben's gerade voll ihm. Einer ist down. Wieder down. Der ist erledigt, der ist erledigt. Pass auf, meine. Der ist aufgeraht mit der Lorter. Der ist hier, kann ich eine Zone erreichen. Er ist ganz hochgeklettert, echt jetzt. Weiß er nicht. Er muss ja runter. Schau ich. Schaust du auf? Ja, ich bin oben. Da ist er. Er ist K.O. am Dach. Ich bin oben. Dauer. Haa, wie Alweiter. Wie, ich spüre nicht schlecht. Ja, ich hab die Rose ins Fenster eingefickt, das war der einzige Grund gerade. Und Samtex ist doch besser als der Miet, wie wir gesehen haben. Du dummer Hund. Ich hab's Samtex nicht eingefrocht beim Fenster. Ich hab's auf die Mauten gehabt. Achso, ich hab beide eingefrocht. Sehr gut. Ja passt, jetzt haben wir einen neuen Hauberasch abgehackt. Ja passt. Ah, sterb. Ich möchte jetzt wissen, wie viel Damage ich hab, oder? Wahrscheinlich doppelte von... Nein, glaub ich auch nicht da. Ja, gut. Ja, am Anfang hast du das gut gelag, das war wichtig. Welcher am Anfang? Der war die Bo...